Hallo und herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast. Ich bin mal nicht der René, der ist nämlich heute im Familienurlaub, so muss es auch mal sein, besucht seine Eltern. Das finde ich persönlich sehr schön und deswegen bin ich jetzt mal hier in der Moderation. Ich bin der Marvin und wie immer an meiner Seite der wunderbare Dennis. Hallo, der Duke. Ja, servus, hallo. Die einzigartige Patricia, hallo. Hallo. Und der oft kopierte, selten erreichte Basti. Hi, mein Lieber. Gude und Grüße, meine lieben Freunde. Wow, der Soundhorn hast du ausgepackt. Was war das denn? Stark, stark. Ich habe hier ein neues Spielzeug. Ich verspreche, wie bei 390 gestern, dass ich es nicht probiere, so oft zu verwenden. Also von mir aus, du hast bei mir komplettes Go. Mach, was du willst. René ist nicht da. Wir tanzen alle auf den Tischen jetzt heute. Aber auf den Tischen getanzt, könnte man fast sagen, ja, die Frankfurter Eintracht auch in Leipzig. Denn ich muss sagen, persönlich habe ich gedacht, ob das was wird, ob das irgendwie gut geht, dann kurzfristiger Ausfall, Hinteregger. Ja, da habe ich schon gedacht, oi, 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 oi. Dann waren uns klar auf der rechten Seite, Turm auch weg. Und dann denke ich mal, Gott, oi, Gott, jetzt wird es ein bisschen eng. Aber das lief doch einigermaßen ganz gut. Ein Punkt. Ja, tatsächlich sehr gut. Also ich habe es nicht erwartet. Ich habe mich tatsächlich dann auch sehr gefreut. War sehr angespannt gegen Ende. Also ich habe nur darauf gehofft, dass endlich abgefiffen wird. Aber ja, also ich glaube, ich habe es sogar 1 zu 1 getippt in der letzten Woche. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber habe da schon gesagt, ich wäre unfassbar zufrieden damit, wenn wir da einfach einen Punkt mitnehmen. Und das hat ja jetzt geklappt. Und ja, dementsprechend habe ich nicht viel auszusetzen jetzt tatsächlich. Ja, wir müssen natürlich sagen, die erste Halbzeit haben wir deutlich gemerkt. Nach vorne hingegen nicht so wirklich viel, Dennis, oder? Ja, für erste Halbzeit, ja. Nach vorne hingegen. Ich glaube, wir hatten gar keinen Torschuss, oder? Also nichts, an was ich mich jetzt erinnern würde. Erinnere dich an das Ding von Kamada. Kein Anspruch, glaube ich. Ja, okay. Also aufs Tor auf jeden Fall nicht. Vielleicht irgendwie in die Richtung. Nein, aber das ist natürlich, war schon ein schwieriger Start. Also erste Halbzeit war wirklich gerade die ersten Minuten. Und ich erinnere mich noch an die, ich weiß jetzt gar nicht, ich war leider ja gerade kurz rausgeflogen. Dementsprechend, ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr schon auch die Glanzparade von Trapp angesprochen habt. Nein. Also da hätte es halt auch da schon schwierig sein können. Und es war, glaube ich, auch in der ersten Halbzeit das Abseits-Tor von Orban dann. Also muss man schon sagen, gut, dass wir da im Spiel noch drin waren. Denn da hätte es dann schnell auch, ja, dann wäre es noch viel schwieriger gewesen, als es ja dann ohnehin. Naja, gut, zweite Halbzeit können wir ja gleich drüber sprechen. Ja, du hast vollkommen recht. Also du sprichst natürlich mit Trapp jemand an, der uns in diesem Spiel unfassbar viel geholfen hat. Aber Basti, bist du denn jetzt mit dem Punkt zufrieden? Welche Situationen hast du noch gesehen, die du dir noch bewerten wollen würdest? Ja, also wenn wir bei der ersten Halbzeit bleiben, muss ich sagen, dass ich am Anfang ein bisschen erzürnt auf der heimischen Couch gesessen habe. Auch der Nachlässigkeiten, die die Eintracht hatte, trotzdem. Ich habe es ja bei Fußball 2000 schon probiert zu umreißen, dass ich Fehler bei der Eintracht gesehen habe, die nichts mit der Stärke von Leipzig zu tun hatten. Das waren Unkonzentriertheiten, das war ein bisschen Unorganisiertheit, vielleicht auch aufgrund den vielen Personalrohraden zu schulden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Eintracht sich das so oft erlauben kann. Das zieht sich ein bisschen durch die Saison, dass es immer wieder Phasen gibt am Anfang und am Anfang von zweiten Halbzeiten, wo die noch nicht wach sind. Und das war wieder so und Dennis hat es gesagt, Trapp rettet uns da, dann einmal dieses Absatztor. Und jetzt probiere ich es nochmal verständlich zu formulieren, weil bei Fußball 2000 habe ich es scheinbar falsch formuliert, dass die Leute gesagt haben, ich hätte gesagt, die Eintracht hätte schon zur Halbzeit zurückgelegen. Das stimmt nicht. Mein Take ist, dass die Eintracht froh sein kann, dass das Tor nach der Halbzeit nur das 1 zu 0 ist. Das meine ich. Stimmt, stimmt. Dieses Ding ist nämlich, normalerweise, wenn dieses Tor nach der Halbzeit fällt, weil die Eintracht genauso schläfrig in die zweite Halbzeit kommt und die erste Halbzeit einigermaßen normal läuft und Leipzig da schon torrt, bist du eigentlich in der 52 Minute tot. Und das war halt das Gute aus dieser ersten Halbzeit, dass die Eintracht das Tor nicht kassiert hat und dann dadurch in der Lage war, mit dem Gegentor eben nur 0-1 im Rückstand zu geraten, wo du dann immer noch alle Möglichkeiten hast, wie man dann gesehen hat. Ja, stimmt. Patrizia, hast du denn das Gefühl gehabt, dass vielleicht sogar Red Bull Leipzig oder Rasenball, so heißen sie ja mittlerweile, Rasenball Leipzig ein bisschen zu naiv war? Denn irgendwie war es auf der rechten Seite für mich gefühlt so, du hattest mit Kamada, das ist ja gar nicht böse gemeint, aber auf der rechten Seite zumindest der defensiven Schwachpunkt. Aber so richtig ausgenutzt haben sie es nicht, oder? Ja, nee, also das war tatsächlich so, man muss ja sagen, die Abwehr war geschwächt bei der Eintracht. Man muss fairerweise auch sagen, dass bei RB ja Upamecano dann auch recht früh im Spiel, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann es war, auf jeden Fall hat er über weite Strecken dann gefehlt. Ja. Hat den Leipzigern wahrscheinlich auch nicht geholfen, aber ja, das hätte man ausnutzen können, aber man muss ja auch sagen, dass Trapp das sehr, sehr gut gemacht hat. Also sie kam ja schon zu Chancen und das war ja auch schon einige Male gefährlich. Trotzdem ist man dann halt nicht so in Rückstand geraten, wie Basti schon gesagt hat, wie es hätte ausgehen können. Von daher kann man da dann auch den entsprechenden Personenslob aussprechen, in dem Fall jetzt Trapp und aber auch Il Sanka hat das ja sehr, sehr gut gemacht als Hinteregger-Ersatz, wo man sich ja schon so einige Sorgen macht, wenn Hinti ausfällt, ist es immer eigentlich normalerweise ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Auf jeden Fall normalerweise ein richtig schlechtes Zeichen, aber wir haben sie jetzt auch schon gestern reichlich bemüht, Kilsanka, ja, also wenn er Gretchen reinhaut, dann sitzen die aber auch. Und das muss ich sagen, Dennis, also ich meine, die Gretchen, die er geschlagen hat, ich weiß, ich hatte in dem Chat gesehen, du warst ein bisschen skeptisch, ob er wieder seine gute Leistung von der Vorwoche replizieren konnte. Das hat er doch alle mal gemacht, oder? Auf jeden Fall. Also Il Sanka hat jetzt zwei Spiele in Folge wirklich gute Leistung gezeigt und du hast es gerade richtig gesagt und ihr habt es ja auch schon angesprochen, die Gretchen zur richtigen Zeit ausgepackt, dieses Rustikale, was wir ja alle, wo wir immer sagen, er ist begrenzt in seinen, ja, ich sage jetzt mal Fähigkeiten, aber das, was er kann, das hat er mal wieder paradenmäßig abgeliefert gegen Leipzig, denn da waren ein, zwei Situationen dabei, wo man wirklich sagen muss, da hat er sehr, sehr, ja, gefährliche Situationen gut entschärft. Ich habe eine, das war, glaube ich, eine dieser Schlüsselzähnen, tut er so ein bisschen halbherzig hingegangen, Il Sanka packt die Gretchen aus und haut das Ding da weg. Nee, hat mir wirklich gut gefallen. Und ich muss auch wirklich sagen, du hast mit der Seite Kamada natürlich was angesprochen, hat mich auch gewundert, dass Leipzig da so wenig draus gemacht hat. Und im Großen und Ganzen muss man auch sagen, was natürlich in der ersten Halbzeit insbesondere aufgefallen ist, es hatte im Endeffekt diese, die Räume waren einfach zu weit, um vorne die Stürmer, um die Situation nach vorne richtig in den, ja, ins Spiel mit einzubringen. Du warst dann, ich weiß gar nicht, woran es lag, warum die Lücken so groß waren, warum im Endeffekt da auch, warum er im Mittelfeld nicht so richtig ins Spiel gekommen ist. Weil das war wirklich schade, denn umso länger das Spiel ging und wir haben jetzt erste Halbzeit, sag ich jetzt mal, abgehakt. Zweite Halbzeit, Basti hat schon gesagt, am Anfang fängst du das Tor, da habe ich eigentlich gedacht, oh Gott, jetzt fängt es doch an, Mist, jetzt wird es richtig schwierig. Dann machst du diesen Ausgleichstreffer und hast am Ende sogar die Chance, wenn du die Konter konsequenter fertig spielst, ne, da werde ich wahnsinnig. Weil dann gewinnst du das Spiel gegen Leipzig und dann sagt jeder, geil, hast hier gegen die Klubs ganz oben, punktest du dreifach. Das wäre natürlich jetzt nochmal so eine richtig geile Kirsche auf der Torte gewesen. So ist es trotzdem solide, 1-1 können wir wirklich zufrieden sein nach dem Spielverlauf. Trotzdem ärgert es mich, dass diese Konter nicht konsequenter ausgespielt wurden, denn die Chancen waren da. Ich verstehe es vollkommen. Basti, wie hast du das gesehen, dieses Ding kurz vor Schluss, das wäre natürlich die Kirsche auf der Sahne gewesen. Ja, auf jeden Fall. Wenn Jovic den besser kontrolliert, dann snipert er den, glaube ich, rein. Aber eigentlich war bei dieser Szene ärgerlich, dass der Ball überhaupt zu Jovic gekommen ist. Ich glaube, Ache war das, der da mitgelaufen ist. Der war einfach wahrscheinlich zu schnell in dem Moment, weil er stand diese Sekunde, wo der Pass von Kostic, glaube ich, hätte kommen müssen, stand er leider im Absatz so, dass Kostic den Pass ändern musste. Und ich glaube, wenn der Ball auch Ache kommt, hat er eine viel bessere Schussposition, als Jovic es dann da hatte. Und dann hat Dennis recht, dann gewinnt die Eintracht zwar glücklich, aber das ist mir dann so scheißegal, wie du dann da gewinnst. Und Dennis hat es gesagt, man will nicht gierig werden, aber wenn man über Möglichkeiten dieses Spiels redet, wäre natürlich auch ein sehr, sehr glücklicher Auswärtssieg drin gewesen, wenn du, und das haben wir, glaube ich, in den vergangenen Wochen auch oft schon beschrieben, die Eintracht hat nicht immer viele klare Chancen, natürlich auch, aber was die Eintracht auch viel hat, sind Chancen, um Chancen zu erarbeiten. Und da werden oft die zweiten oder dritten Entscheidungen vor der letzten Entscheidung falsch getroffen. Und das ist teilweise ärgerlich, aber das ist, glaube ich, wenn du 1-1 in Leipzig spielst, jammern auf hohem Niveau. Aber ich finde gut, dass es Dennis mal erwähnt hat, weil es ist nicht nur so, dass wir da Lucky in Unentschieden gespielt haben, sondern ein bisschen vielleicht mit einem ganz kleinen Kontextstern war das schon noch verdient eigentlich sogar fast dann. Ja, auf jeden Fall. Patricia, siehst du es ähnlich? Wolltest du dazu noch was sagen? Nee, also ich kann dazu gar nichts anderes mehr sagen. Ich finde auch, also wenn man das jetzt so, wenn man es im Gesamtkontext sieht, also nach der ersten Halbzeit hätte ich mir gedacht, ja, also es ist glücklich, dass das jetzt so ist, wie es ist. Und es wird schwierig noch, aber ja, wie man dann in der zweiten Halbzeit, das war dann die deutlich bessere Halbzeit von der Eintracht auch, dann finde ich, das geht auch vollkommen in Ordnung. Zumal, wenn Leipzig auch nichts draus macht, aus ihren Chancen davor, kann man der Eintracht nicht vorwerfen, dass sie da jetzt einen Punkt mitnimmt. Das war ja letztendlich auch einigermaßen, also nicht einigermaßen, es war letztendlich gut gemacht in der zweiten Halbzeit. Ja, auf jeden Fall. Und was auch Basti auch noch gesagt hat, ich meine, es war ja nicht so, dass es jetzt eine totale Verteilung war, dass jetzt Leipzig irgendwie 70 Prozent irgendwie Ball besetzt hatte. Nein, das war relativ gleich verteilt. Natürlich Leipzig auch als Heilmannschaft ein bisschen mehr, aber wir waren trotzdem mit 44 Prozent dabei und die Situation war ja immer noch so, dass du mit viel Glück hättest du es machen können, hättest du es 2-1 machen können. Das wäre natürlich krass gewesen, ja, aber auf der anderen Seite, Patrizio, du hast es richtig erwähnt, wenn Kloiber das Ding nicht macht, wenn Forsberg zu wenig abgeklärt ist, das ist ja ein abgeklärter, krasser Spieler, wenn das dann halt nicht funktioniert, ja, am Ende gibt es halt auch mal so Tage. Trotzdem, klar, wir können froh sein, wir haben die Siegesserie der Leipziger jetzt komplett durchbrochen, ja, ich meine, die hatten ja einen krassen Lauf. Vielleicht sind wir so das Zünglein an der Waage, wenn es um die Meisterschaft geht, vielleicht können die Bayern sich nochmal bei uns bedanken, ja, schauen wir mal. Ja, also das war für uns jetzt aber auch wichtig, um zu zeigen, der Punkt gegen Leipzig, ich weiß nicht, Dennis, wie siehst du das? Also ich hatte so das Gefühl, gegen Leipzig hatte ich mit nichts gehofft und war dann dementsprechend zufrieden. Für mich war es jetzt so ein bisschen so, dass dieses ärgerliche Ding gegen Bremen dadurch so ein bisschen wieder reingeholt wurde. Muss man klar so sagen, auf jeden Fall. Also gegen Leipzig kannst du eigentlich nicht wirklich ernsthaft mit Punkten rechnen. Gerade nach den zwei Spielen vorher, wo ja doch einige Kritik auch laut wurde. Ich hoffe, wir haben uns da jetzt ein bisschen rehabilitiert und ziehen da jetzt auch wieder Kraft raus. Denn ihr habt es am Anfang richtig gesagt, es waren auch massive Änderungen notwendig. Der Hauptabwehrchef hat gefehlt mit Hinti, der hier ja wirklich eine Riesensäule ist. Das ist schon auch im Vergleich zur Vorwoche haben wir, glaube ich, dreimal gewechselt. Die rechte Seite, Kamada, das Kamada spielt auf der rechten Seite, das hätte ich mir nicht träumen lassen normalerweise. Sondern sind wir uns eigentlich noch einig, wenn hier unser Durm oder wer auch immer da sonst noch mit Touré war immer gesetzt, dass nicht im Endeffekt jemand so Offensives dort spielt. Dementsprechend viele Änderungen und trotzdem hat es gegriffen. Das ist eigentlich jetzt eine Entwicklung, wo man auch sagen muss, okay, ich bin in der Hinsicht zufrieden und hoffe natürlich, dass die Verletzten schnellstmöglich wieder zurückkehren. Und wir hier im Endeffekt dann im nächsten Spiel, das meiner Meinung nach fast noch wichtiger ist. Denn da geht es wieder um hoffentlich Dreifachpunkte. Aber ich finde wichtig, Dennis, dass du das nochmal ansprichst, weil wir genau die Diskussion hatten, als wir darüber gesprochen haben, sollte man für Tuta noch ein Backup holen. Genau das ist es nämlich, darauf wollte ich auch sprechen. Da haben wir nämlich noch darüber gesprochen. Dann hat einer von uns gesagt, ja, dann muss halt Ilsan Kamada spielen. Da war es jetzt nicht so, dass hier der Eintracht-Podcast in Jubelstürme ausgebrochen ist, zu denken, dass Ilsan Kamada Innenverteidiger Nummer drei ist. Und trotzdem war es okay. Also mehr als okay. Also man muss das, glaube ich, festhalten, zu sagen, okay, Hinti fällt aus, wo man gedacht hat, okay, das ist einer der Spieler, die dürfen überhaupt nicht ausfallen. Also es wäre einer auf der Liste gewesen von drei Spielern, wo ich denke, okay, der sollte safe nicht ausfallen. Und er ist ausgefallen. Und trotzdem zeigst du diese Leistung in Leipzig. Das ist arg beruhigend auch. Weil genau das passiert ist, was wir auch befürchtet hatten, dass die ersten Gelbsperren kommen, die Verletzungen kommen teilweise, dass diese Dinge entstehen. Und wenn du dann in der Lage bist, trotzdem so eine Leistung dann in der zweiten Halbzeit noch zu zeigen, dann ist es, glaube ich, genau das, was wir hier seit Monaten und Jahren fordern, dass die Eintracht nicht mehr abhängig von Spielern ist, sondern dass das System das ist, was dir Sicherheit bringt. Und dann hast du vielleicht zwei verschiedene, die du alle beherrschst. Und dann ist es vielleicht sogar verkraftbar, wenn in diesem System zwei, drei, vier Änderungen vorgenommen werden, ohne dass das System zusammenbricht. Und ich glaube, das muss man nochmal betonen, weil das ist nicht selbstverständlich gewesen bei der Eintracht, nicht immer so. Also es war immer so, okay, wenn der ausfällt, kannst du quasi den Laden dicht machen. Und mittlerweile kristallisiert sich raus, auch durch diese Doppelzehn, dass wir ein System gefunden haben, wo die Spieler sich sehr, sehr sicher fühlen und wo es dann halt auch wirklich, nicht egal, aber nicht mehr so viele Auswirkungen hat, wenn dann Hasebe in der Innenverteidigung gespielt, in der Mitte oder im defensiven Mittelfeld oder er auch mal ausfällt oder Rode kommt dann rein oder, oder, oder. Außer die Nummer von Kamada, die würde ich da rausrechnen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Das hat Hütte auch sehr, sehr schnell eingesehen. Fand ich gut, dass er das gesagt hat, dass wir wissen, er macht es nicht mehr. Aber ansonsten kannst du auch durch kleine Änderungen, musst du nicht mehr in große Panik geraten, dass das System Eintracht Frankfurt abstürzt. Das ist richtig, das sehe ich ganz genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass das System aktuell vielleicht stärker ist, durch die Varianz und auch gewisse Situationen kompensieren kann, wenn halt jemand ausfällt. Das ist eine ganz interessante Entwicklung, zeigt übrigens auch, trotz der Tatsache, dass wir mal ein Spiel letztens verloren haben gegen Bremen, dass wir ja trotzdem immer noch relativ gefestigt sind und dass wir tatsächlich auch so eine schwierige Leistung von Kamada auf einer ungewohnten Position einigermaßen kompensieren können, das ist auch eine Stärke. Die Frage, die sich aber vorhin so ein bisschen trotzdem aufgedrängt hat, wir können es jetzt nicht ändern, aber Pratizia, müssen wir am Ende trotzdem sagen, dass wir vielleicht noch einen Innenverteidiger hätten holen sollen, und wir jetzt langsam merken, dass es zu dünn wird? Ja, ich weiß nicht, ich finde das jetzt halt schwer, wenn man davon ausgeht, dass jetzt halt unpraktischerweise gleich zwei Stamm-Innenverteidiger fehlen werden, also Tuta gesperrt und Hinti verletzt. Klar, damit rechnet man jetzt, natürlich kann das passieren, aber man rechnet halt nicht in der Kaderplanung so wirklich damit, dass das jetzt häufig vorkommt, es ist ja auch tatsächlich jetzt erstmal nur ein Spiel. Und ich sage halt immer, ein Spiel musst du halt auch irgendwie andersrum bekommen, dass jetzt Hinti auch diese Woche ausgefallen ist und so weiter und so fort. Das ist nun mal so, er ist jetzt halt mal ein, zwei, drei Wochen angeschlagen, aber dass jetzt halt direkt Tuta und Hinti zusammen kompensiert werden müssen, das kann dir passieren. Und ich glaube nicht, dass man unbedingt hätte einen Innenverteidiger holen müssen für diese spezifischen Situationen. Ist es so, ist es sicher, dass wir beide jetzt ersetzen müssen? Nee, ich glaube nicht, oder? Also Hinti ist doch fraglich nur. Hinti ist fraglich und es könnte wieder sein, dass das funktioniert. Tuta ist halt mit der fünften gelben Karte raus. Ist auf jeden Fall. Ja gut, das ist klar, aber bei Hinti zum Beispiel bin ich mir nicht sicher, ob er nicht vielleicht doch gegen den Nungen wieder spielt und dann kommt nämlich genau das in Kraft, auf was Patrizia gesagt hat, für ein, zwei, drei Spiele geht das schon. Du solltest das vielleicht nicht über acht oder neun, so, dann wird es wahrscheinlich, glaube ich, irgendwann schon an irgendeiner Stelle bemerkbar, dass da vielleicht was fehlt, aber so für Sondersituationen, und ich glaube, über Sondersituationen werden wir vielleicht auch nochmal sprechen, wenn wir uns eine Aufstellung gegen Union überlegen, für ein paar Spiele gehen gewisse Dinge. Liebe Grüße an Timmy Chandler. Ja, auf jeden Fall. Ja, über ihn werden wir gleich noch sprechen. Eine Situation, die aber jetzt öfter von einigen Fans, auch gerade eher einigen jüngeren Fans angesprochen wurde, und die will ich mit euch nochmal thematisieren. Die Wechsel, muss ich sagen, fand ich zum Beispiel ganz gut, dass ich Jovic wieder gesehen habe, auch, dass ein Barkok mal ein bisschen Einsatzzeit bekommen hat. Ache, den du ja eben schon lobend hervorgehoben hast, der auch durchaus gezeigt hat, dass er da ist, ebenfalls ganz gut. Aber lieber, liebe Leute, oder lieber Dennis, was machen wir mit Russisch? Er bekommt wieder keine Einsatzzeit. Ja, das ist tatsächlich, hat es mich auch gewundert, dass wir, ich muss tatsächlich auch sagen, von der Position her, oder von der Auswechslung von Jovic für Silva, gut, es wurde einfach ganz statisch, ja, 1 zu 1 wechselt, wie man so schön sagt, Position für Position gewechselt, fand ich an der Stelle ein bisschen, in dem Augenblick war ich ein bisschen unzufrieden, weil ich hätte gerne Silva und Jovic, Doppelsturm nochmal gesehen, nochmal Vollgas, komm, geh auf den Sieg und nicht auf, ja, in Anführungszeichen, bleib nicht bei der bisherigen Aufstellung, sondern mach noch ein bisschen mehr Dampf. Ich hatte nämlich da in der 70. Minute schon so ein bisschen das Gefühl, die Eintracht ist im Kommen, hätte gerne noch ein bisschen mehr Risiko gesehen. Weiß ich nicht, inwieweit dann auch ein Russisch hier in dem System einfach ihm die Position dann fehlt, oder das Vertrauen fehlt. Wir haben Russisch, finde ich, noch, der hat zumindest ein, zwei Mal gespielt. Wenn ich dann noch viel krasser finde, ist er ein Willems, der ja zwar jetzt häufiger mal auf der Bank war, aber haben wir den überhaupt jetzt schon mal irgendwann in der Saison gesehen? Ich glaube nicht, oder? Nein, nein, er war mal auf der Bank, aber das ist das Maximum im Endeffekt. Finde ich schade, weil ich muss sagen, es gibt natürlich hier Situationen, wo ich auch so jemandem gerne nochmal ein bisschen Spielzeit geben würde, einfach um mal wieder, ja, wie soll ich sagen, er hat ja immer gut, gar nicht die schlechtesten Leistungen gebracht, keine Ahnung, ob er noch riesigen Trainingsrückstand hat, ob er durch die Verletzung oder ob er überhaupt nicht ins Team passt. Ich weiß es nicht, ich blicke nicht durch. Ist für mich aber trotzdem alles ein bisschen seltsam. Aber Marvin, du hast es schon gesagt, mit Rustic und auch Zuber auf der anderen Seite, Zuber ist natürlich jemand, du kommst dir jetzt hier mit Zuber an, also den wollte ich jetzt nicht hervorhaufen, dass der jetzt öfter eingewechselt wird. Ja, gut, es ist immer die Frage, Marvin, es ist ja, für mich sind das Spieler, die in verschiedenen Systemen, und das ist ja eigentlich das, was wir hier nicht wollen, sondern wir wollen ja nicht, dass es spielerabhängig und Dings, sondern ein Zuber, wenn du den solide auf die linke Seite vielleicht stellen würdest, aber Kostic, Gott sei Dank ist er so gut drauf und Gott sei Dank funktioniert das alles und Dings, sind wir alle froh. Ich glaube, deshalb hat er einfach nicht momentan den Platz oder den Bedarf, der Bedarf für Zuber ist einfach nicht da, sind wir froh drum im Endeffekt. Auf der anderen Seite, Willems haben wir hier eigentlich, jetzt habt ihr es schon angesprochen, wenn jetzt Hinti noch ausfällt, fällt ja im Endeffekt, müssen wir gucken, okay, Tuta fällt aus, Hinti fällt aus, was machen wir, ziehen wir Hasebe nach hinten auch noch in die Dreierkette, ist ja eine Vakanz auf der Sechserposition. Da bin ich gespannt, ob dann zum Beispiel Willems mal auf der Sechser spielen würde oder ob du sagst, ich spiele mit einem Barkok auf der Sechser, wo ich ausrasten würde, weil er einfach nach hinten zu schwach ist. Das sind alles so Situationen, Chandler, ihr habt schon drüber gesprochen, Kamada war wirklich ein Experiment, hoffen wir auch mal, weil es hat mir auch nicht gefallen. Ja, wird Chandler wahrscheinlich sich automatisch dann auf rechts mal zumindest, wahrscheinlich in die Startelf erstmal aufstellen. Also es gibt hier viele Positionen, wo man sagen muss, interessant, Rustic kann ich nicht einschätzen, kann er auch sechs oder ist er doch wirklich der typische Achter, kurz hinter der Zehn? Ich weiß es nicht, ich kann es wirklich nicht sagen, ich bin gespannt, was sich Hütter da ausdenkt und im Endeffekt würde es mich trotzdem freuen, wenn sie alle mal ein bisschen Zeit bekommen würden, um mal zu zeigen, was sie können, ob das jetzt gegen so ein Spiel, in so einem Spiel, das ärgert mich dann auch mit den gelben Karn, was ja schon gesagt hat, mit den Verletzungen, wie gegen Union, wo du sagen musst, verdammte Axt, da musst du eigentlich mit Vollgas ran, denn das sind drei Punkte, die du eingerechnet hast, in Anführungszeichen, wenn du da oben drin stehen willst. Das ärgert mich jetzt einfach. Und wie ist denn eure Meinung zu Rustic und Willems? Ich glaube, wir behandeln die jetzt gerade mal in der Aufstellung. Ich glaube, wir können das ja, wir können ja jetzt mal Leipzig abschließen. Ich finde, dazu haben wir gesagt, dass wir damit relativ zufrieden sind mit dem Punkt. Das kann man auch sein gegen Tabellen Zweiten. Jetzt ist aber genau das, was du gerade gesagt hast, es geht hier um ein extrem wichtiges Spiel. Du hast es eben schon herausgestrichen, das Spiel gegen Union ist nicht irgendein, das ist nicht so ein Spiel, wo du sagst, du bist mit einem Punkt zufrieden, weil Patricia, eigentlich müssten wir da ganz klar drei Punkte holen. Und da frage ich dich, wie soll denn die Aufstellung für dich aussehen? Fang ruhig mal an. Okay, soll ich auf der Torwartposition? Oh ja, jetzt bin ich sehr gespannt. Da würde ich Kevin Trapp sehen. Ich weiß, das ist überraschend, aber ich würde da Trapp aufstellen. Das ist natürlich riskant auch. Ja, ich weiß, aber ich glaube, das Risiko muss man jetzt einfach mal gehen. Nach der Trainingsleistung von Schubert, bist du dir sicher? Schubert jetzt auch potenziell hier U21 hier, okay, aber gut, das ist deine Entscheidung. Patricia, das musst du wissen, wie du das möchtest. Ich halte mich jetzt hier raus, ich bin jetzt raus aus der Sendung, also wer hier so hier ins Risiko geht, liebe Freunde, da will ich nichts mit tun. Ja, ich glaube, das stellt sich ja als einziges von selbst auf, ansonsten haben wir ja jetzt die Qual, also nicht die Qual der Wahl, aber wir müssen jetzt, glaube ich, kreativ werden. Aber ich mache trotzdem noch das Safe Bet, und zwar in Dika, in der Innenverteidigung. Den haben wir, der ist unsere Stütze. Da bin ich sehr glücklich drüber, dass er nicht auch noch ausfällt. Und ansonsten, ich weiß nicht, also ich hätte jetzt überlegt, wenn Hinti fit ist, dann auf jeden Fall Hinti. Sagen wir mal, er ist nicht fit, dann hätte ich halt überlegt, ob man Hasebe in die Mitte zieht und dann, Il-Sanka auf rechts, also rechts, also hier, in der Dreierkette auf rechts. Verstanden. Und dann hast du halt So und Rode wieder auf der Sechs. Weiß aber nicht, ob ihr andere Optionen habt. Ich finde das eigentlich ganz gut, aber wollen wir einfach mal damit planen, dass Hinti, der ja schon ein ganz schöner Eisenbeiß ist und der ja schon harte Knochen hat, Ich glaube, der kommt wieder. Dass er das schafft, der denke ich auch. Dann würde ich sagen, wäre ich auch sehr angetan davon, von der Möglichkeit. Ich würde sagen, Indika hinter Egger Il-Sanka, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja. Okay, geil. Also Indika Il-Sanka hinter Egger, das ist gut. Und da vorne dann, Basti, machen wir weiter. Also links Kostic safe. Mhm. Rechts ist jetzt die Frage, gegen Union Berlin, weiß ich nicht, ob das schon Timmis Stunde ist. Ich würde gegen Union Berlin Barkok stellen. Okay. Hasebe Sow. Und wie viele Plätze habe ich jetzt noch? Noch drei, oder? Jetzt weiß ich gerade gar nicht. Ja, genau. Genau. Der hat noch zwei. Und jetzt ist halt die Frage, ob Doppelzehn oder nicht. Ich würde dabei hier mit Doppelspitze dann spielen. Ich würde Kamada hinter Silvan Jovic stellen. Okay. Jetzt, das kann ich verstehen, das finde ich eigentlich ganz gut. Die Frage, die sich mir jetzt trotzdem noch aufdrängt auf der rechten Seite. Barkok, nicht Chandler. Chandler wurde gerade bei uns im Chat schon diskutiert. Könnte es nicht mehr, also bringt es nicht mehr, wurde gesagt, das stelle ich mal in Zweifel, weil ich schon eigentlich das Gefühl habe, von dem, was man hat, dass die Trainingsleistungen ja trotzdem noch in Ordnung sind. Der ist auch erst 30. Aber gehst du da mit, Dennis? Würdest du dich dem anschließen und sagen, dass Barkok vielleicht einfach die offensivere Variante ist? Ja, also genau das ist, aber finde ich auch ein bisschen das Problem, dass Barkok eben jemand ist, der immer mal für so einen, ich sag mal, dummen Ballverlust im Aufbauspiel, wo ich dann kotze und wenn dann Union im Endeffekt auf so Konter wartet, also im Endeffekt dann ein Barkok aggressiv mit Pressing angehen, er dann den Ball vertändelt und daraus dann eine gefährliche Situation und wir haben leider Gottes dann immer, ja, wenn wir alle nach vorne rücken, wenn die Lücken auch groß genug sein, dass auch Union das ausnutzen kann, dafür sind sie ja auch in der Saison, haben sie ja sehr effizient bis jetzt gemacht, also da habe ich ein bisschen Angst, ich wäre tatsächlich eher für, für Chandler als, ja, eher ein bisschen die defensivere Variante, liegt aber einfach daran, dass ich, dass Barkok für mich einfach jemand ist, der oftmals im Spiel dann doch diese, im Aufbauspiel leider dann doch mal einen Haken zu viel, Ball vertändelt oder der passt dann doch ein bisschen, er ist, er ist ein super Kell und er ist auch sehr kreativ und er kann auch den entscheidenden Ball spielen, ich wäre in dem Spiel jetzt zumindest für die Sicherheitsvariante, aber ich gehe auch natürlich mit Barkok mit, also es ist jetzt nicht, dass ich sage, oh Gott, seid ihr denn wahnsinnig, aber Chandler wäre doch ja, so geht es mir natürlich mit Chandler auch, also ich, wenn jetzt Chandler spielt, bin ich nicht so, dass ich denke, wie kann man nur, es ist eher so diesen Offensivgeist, den ich da sehe, aber wahrscheinlich wird dieser Offensivgeist vielleicht durch die gewünschte Doppelspitze, die ich, von der ich safe ausgehe, weil Yunus ist ja gesperrt, mit der ich safe rechne, deswegen, wahrscheinlich ist Chandler sogar die bessere Lösung, wenn ich jetzt mal mein FIFA Pro Evolution Aufstellungsding hier rausrechne, zu denken, okay, wir brauchen auch Sicherheit, Marvin hat es gesagt, Hütter würde Chandler nicht einwechseln oder in den Kader berufen, wenn der nicht auch spielfähig wäre und es ist jetzt auch nicht so, dass Chandler eine Graupe ist, sondern wir erinnern uns an die Rückrunde letztes Jahr, als er quasi echt on fire war, die ersten Spiele der Rückrunde und uns da in Hoffenheim zum Beispiel auch wichtige Tore gemacht hat und er ist auch ein Mentalitätsspieler, der vielleicht, und ich glaube, Dennis hat es vorhin schon mal angeteasert, der vielleicht die Wichtigkeit dieses Spieles mit seiner Art auf dem Platz vielleicht auch transportieren kann, zu sagen, Leute, das hier ist ein sehr, 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 sehr wichtiges Ding, weil das ist Union Berlin zu Hause, unangenehm, letztes Mal ist es schief gegangen, da will man was wieder gut machen und es ist eingebettet in die schwereren Gegner, vielleicht derjenige, wo die Siegwahrscheinlichkeit am höchsten ist und gerade diese drei Punkte könnten, glaube ich, echt viel, viel Luft in die nächsten Wochen bringen und ich glaube, dass Chandler jemand ist, der das dann auch weiß und der auch vielleicht auf dem Platz ja, auch ein bisschen so ein Antreiber sein kann. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, was du angesprochen hast. Ich erinnere mich noch an die Tore gegen Hoffenheim, auch das, ich glaube, der späte Ausgleich in Düsseldorf, der ist auch auf seinen Mist im positiven Sinne gewachsen. Also das waren dann diese ganzen Knackerspiele, wo du dann wirklich auch noch Punkte geholt hast. Hoffenheim war ja sowieso ganz gut. Also ich glaube, der kann einen Vorteil bringen und ich würde mich freuen, wenn das so passiert. Basti, sag nochmal deine Offensivreihe, ganz vorne würdest du mit Doppelspitze gehen, hast du gesagt? Genau, Jovic, Jovic, Silva und Kramada dahinter. Jovic, Silva ist dann dementsprechend natürlich auch etwas sehr Offensives, eigentlich auch wirklich dieser Druck, der dann vielleicht wieder da ist, aber Patricia, im Endeffekt, wir brauchen das jetzt einfach. Ich würde mal sagen, wir sind d'accord mit der Aufstellung, wie wir sie jetzt gemacht haben, aber ich glaube, wir brauchen das jetzt auch einfach, denn die drei Punkte sind Pflicht, oder? Ja, also ich finde, das ist auch so ein Zeichen, dass man sagt, hey, wir wollen die drei Punkte, wir haben jetzt unsere zwei Top-Stürmer auf dem Platz, bietet sich jetzt natürlich auch an, wenn Younes sowieso nicht spielen kann, weil er halt gesperrt ist, dann stellst du einfach Kramada auf, davor Silva, Jovic, und dann hast du einfach, du hast ja diesmal nicht die Qual der Wahl, dass du dich entscheiden musst, Zehner, zwei Zehner, oder zwei Spitzen, du kannst halt einfach sagen, diesmal bietet es sich an, diesmal, ich weiß auch nicht, warum man es nicht machen sollte, also das wäre jetzt irgendwie so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, da jetzt zu versuchen, was anderes zu machen, nur um die Doppelspitze nicht aufzustellen, und ich finde gerade in so einem Spiel, das halt so wichtig ist, wo du aber dir auch Siegchancen ausrechnest noch, trotz dessen, dass der Gegner natürlich nicht unterschätzt werden darf, weiß ich nicht, würde ich auf jeden Fall mit der Doppelspitze gehen, und würde mich auch freuen, das zu sehen, weil ich glaube, dass, als wir sie das letzte Mal gesehen haben, war das nicht das, was da noch kommen kann, also ich glaube, da ist noch viel Potenzial und das kann sich natürlich noch einspielen und Barkok ist dann halt der Joker von der Bank, den kannst du ja auch noch bringen, wenn du merkst, es geht irgendwie nicht genug nach vorne, dann bringst du halt den Offensivgeist gegen Ende nochmal rein. Genauso mit Rustic, wo wir jetzt vorhin auf ihn zu sprechen kamen, den kann man dann vielleicht auch mal bringen, wenn jetzt, ja, weiß nicht, Kamada mal dann raus sollte oder was auch immer sich Adi Hütter dann einfallen lässt, aber da hast du halt Optionen von der Bank, und ich finde es auch vollkommen in Ordnung, dass du, ja, dann diese Spieler halt noch hast und nach hinten im Spiel raus noch nachlegen kannst. Ja, und dann haben wir immer noch Ache, der auch jetzt immer wieder eingewechselt wird, der auch seine positiven Akzente hat und auch irgendwie sehr bemüht ist, aber du hast es eben angesprochen, klar, mit Luka Jovic, wir haben den in den letzten Wochen dieses eine Mal, als es mit zwei Stürmern gespielt wurde, hast du schon gemerkt, okay, das ist nicht die absolut beste Version gerade davon, aber das kann ja wachsen. Ich habe Luka Jovac, Jovac, genau, ich habe gerade hier was zu Kovac gelesen und dann wird Luka Jovac draus. Also ich habe den Luka Jovic auch gegen Leipzig mit großer Spielfreude gesehen und ich glaube, das kann der richtige Weg sein. Ich will ehrlich gesagt auch diese Doppelspitze, Dennis. So, jetzt habe ich dich, du wolltest was sagen. Hast du auch völlig recht und du hast genau das Richtige angesprochen. Ache hast du auch noch auf der Bank und das ist für mich ein wichtiger Punkt, denn Jovic, selbst wenn du sagst, die Luft reicht nicht für die 90 Minuten. Angeblich ist er ja immer noch so ein bisschen, ja, noch nicht bei 100 Prozent. Da muss man natürlich sagen, ist doch nicht schlimm, dann soll er im Endeffekt die 70 Minuten Vollgas geben und im Idealfall auch schon das ein oder andere Tor. Dann hast du immer noch mit Ache wirklich einen gefährlichen Mann, der jetzt, das ist jetzt kein Totalausfall, wo du sagst, oh Gott, bevor ich gar keinen stelle und mit 10 gegen 11 spiele, stelle ich hier Ache auf. So ist es ja zum Glück nicht, sondern ich denke, dass das wirklich ein System ist. Ihr habt es schon richtig gesagt, würde ich gerne öfter sehen, Doppelspitze und jetzt stellt sie es eigentlich von alleine auf durch die Sperre für Younes. Also, Basti, hast du auch, glaube ich, vorhin gesagt, diese Offensivkraft, die du da vorne hast, die vielleicht dann auch durch ein paar Flanken von Chandler und im Idealfall natürlich auch von Kostic, eventuell ein paar schöne Situationen von Kamada, das ist schon geil, wenn die in Szene gesetzt werden da vorne, dann muss sich Union wirklich warm anziehen und das hoffe ich einfach, dass das funktioniert und dann bin ich mit der Ausstellung sehr zufrieden, die ihr da ausgewählt habt. Ich liebe unseren Optimismus, ja, jetzt bezüglich Union, die ja ehrlich gesagt mit 80 Prozent Leistung einfach mal ganz relaxed gegen Köln gewonnen haben. Also, ich meine, wenn wir uns das angucken, das Heimspiel, erst mal zurückgelegen, aber dann relativ auf einer Felge, ich hatte nicht das Gefühl, dass Köln gerade wirklich den Druck aufbaut, um wirklich Union gefährlich zu werden. Deswegen, das haben die gut gemacht. Vielleicht werden die dementsprechend noch einigermaßen fit sein, aber gegen Union, da müssen wir natürlich auch wieder an unsere Grenzen gehen und ich glaube schon, dass das gar nicht so einfach wird, aber gerade mit dieser Doppelspitze gegen die zu agieren, das kann dann ein großer Vorteil sein. Ich hoffe drauf und jetzt will ich natürlich wissen, was sind eure Ergebnistipps, Basti? Schwierig, weil ich erwarte echt ein anstrengendes Spiel, deswegen versuche ich auch immer wieder zu betonen, wie wichtig das ist. Ich hoffe, dass die Eintracht sich 2-1 durchsetzen kann irgendwie, aber ich befürchte, dass das eventuell auch 1-1 werden kann, weil Union auch nicht unbedingt schlecht drauf ist. Das ist es, also Union ist definitiv nicht schlecht drauf, wir sehen es ja, tabellarisch sieht das extrem gut aus, die sind ja schon so ein bisschen mit einem Auge auf den europäischen Plätzen, auch wenn ein Herr Kruse nicht immer wirklich genau weiß, was eine Conference League ist und anscheinend noch weniger Bock drauf hat. Also ich muss sagen, ein wenig dieser Motivation, die wir hier immer proklamieren, müssten wir ihm mal abgeben, aber im Endeffekt, vielleicht sollten wir den gar nicht in die Bedrängnis bringen, wenn wir die jetzt, und das ist ja ganz wichtig, das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir jetzt 3 Punkte holen, dann haben wir Union Berlin auch wirklich schön distanziert, dann sind wir mit 47 Punkten, 9 Punkte entfernt von Union und das wäre natürlich absolute Crunch-Time und dementsprechend wichtig. Patricia, was wäre denn dein Ergebnis-Tipp? Ich hatte jetzt auch zwar eins im Kopf, um aber nicht genau das Gleiche zu sagen, nehme ich mal das 1-0 und hoffe, dass die Eintracht zu Null spielt gegen Union und sich irgendwie in einem schwierigen Spiel dann noch ein Tor erarbeitet und das dann positiv ausgeht für uns. Ja, das hoffe ich auch dementsprechend, aber das ist ein guter Tipp. Dennis, deiner? Ich hoffe auf ein bisschen deutlicheres 3-1, die, wie gesagt, also ich glaube tatsächlich, dass die Abwehr hinten eventuell für ein Tor gut ist, gerade wenn sie nochmal neu gestellt werden muss, also falls wir wirklich die beiden Ausfälle bemängeln müssen da hinten. Auf der anderen Seite ist unsere Offensive, muss man wirklich immer wieder betonen, kaum eine Bundesliga-Mannschaft kann auf so einen Granaten, auf so eine Granaten-Offensive bauen und da muss man eigentlich sagen, hey, versteckt euch nicht, lasst die spielen, lasst die im Endeffekt kommen und dementsprechend sind da auch drei Tore meiner Meinung nach drin, auch wenn es schwierig wird, aber musst einfach früh anfangen und dann passt das schon. Also frühes Tor hoffe ich und dann Dosenöffner passt, passt. Also 3-1 für dich, ja? 3-1, ja. Da gehe ich auch mit, komm, das mache ich auch. 3-1 ist ein geiler Tipp, die Eintracht mit der Doppelspitze zeigt auch den Unionern, wie man offensiv ohne Elfmeter gute Tore schießen kann, da ein kleiner Hint auf jeden Fall, aber ich glaube, das könnte eine ganz gute Lösung sein, ein ganz gutes Ergebnis sein. Wie gesagt, wenn wir da die drei Punkte holen, dann haben wir uns richtig abgesondert. Also, liebe Leute, lasst uns das genauso ausgehen, wir sind ja alle positiv und tippen auf einen Sieg und dann würde ich sagen, haken wir das Aktuelle mal ab, was jetzt in der nächsten Zeit kommt. Wollen wir vielleicht mal einen ganz kleinen Blick darauf werfen, was gerade so bei den Leihspielern los ist, nur mal ganz wenig, aber ich habe jetzt gerade gesehen, gerade wieder gelesen, Juvelyic, der scheint ja momentan auch extrem gut drauf zu sein, Patricia, ne? Ja, das ist ja auch sehr, sehr schön zu hören. Also, Juvelyic, Salazar auch, beide sehr, sehr stark. Wir hatten heute bei Fußball 2000 ja gepostet, dass es, glaube ich, beide mit fünf Vorlagen und, oder war das nicht so? Ich weiß es gar nicht. Salazar mit fünf Vorlagen, Juvelyic mit drei und aber sogar zehn Toren, ja? Bei 21 Spielen, ne? Das ist schon krass. Und das auch alles in der ersten Liga. Also, das ist, also ich glaube, die könnten uns im Sommer eine gute Bereicherung geben, ne? Ja, tatsächlich. Das ist auch schon, also ich habe mir auch schon, während wir über unsere Doppelspitze philosophiert haben, so ein bisschen Gedanken gemacht. Wenn man ja davon ausgeht, dass man Jovic erstmal nicht halten kann, hat man ja hoffentlich Silva weiterhin. und dann hat man noch Ache, Juvelyic kommt zurück, man hat jetzt Akman geholt. Also, das ist ein sehr, sehr junger, aber auch spannender Sturm, finde ich. Juvelyic hat sich ja jetzt wahrscheinlich auch weiterentwickelt. Das wird nicht der Juvelyic sein, den wir ausgeliehen haben. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das auswirkt, wenn er zurückkommt, ob er sich auch hier dann durchsetzen kann. Ja, Basti, hast du so ein bisschen was aus Österreich vernommen? Beim Wolfsberger AC ist der Juvelyic schon unterwegs. Also mit zehn Toren ist das jetzt gar nicht so schlecht? Nee, ist auf jeden Fall auch gar nicht so zu unterschätzen, glaube ich, weil die spielen ja auch international. Aber ich kann mal den Superfan Axel am Donnerstag im Weltbrötchen fragen. Der ist in Österreich firmer als ich. Aber ich glaube, dass das auch ein Thema ist, wo wir auch viel, viel drüber gesprochen haben in der Vergangenheit. Überleg dir mal die Zeit, wo wir uns noch gewünscht haben, dass dir einfach mal jemand einen FSV ausleiten. Ja. Das hätte uns schon gereicht. Und jetzt hast du wirklich so diese Option, dass du hier einen aus der österreichischen Liga hast und einen aus der zweiten Bundesliga. Also das sind Spieler mit diesen Leistungen, wären die vielleicht sogar für die Eintracht mal irgendwann als Backup-Lösung interessant gewesen. Jetzt gehören die dir schon und du kannst sie halt im Sommer testen. Ich finde, das ist gerade jetzt wichtig, weil im Sommer wahrscheinlich durch diese Bobic-Causa, die wir in den nächsten Wochen wahrscheinlich auch nochmal besprechen werden, es auch interessant wird, wie die Eintracht sich sportlich nächste Saison aufstellt und ob ob und wie durch diese Corona-Zeit überhaupt noch ein Transfermarkt diesen Sommer dann entsteht. Weil ich glaube, dass Vereine zum Beispiel letztes Jahr gesagt haben, ah, schwierig wegen Corona und dann gedacht haben, nächsten Sommer wird alles gut. Also vielleicht gefühlt Transfers ein Jahr verschoben, so wie Bobic das ja auch gemacht hat, zu sagen, ah, jetzt ist Corona, dann gehe ich halt nächstes Jahr. Aber eigentlich ist es ja trotzdem noch nicht vorbei. Das heißt, die finanzielle Situation hat sich nicht entspannt. Deswegen ist es glaube ich so, dass wenn alle, zumindest die, die normal wirtschaften müssen, in einer finanziellen angespannten Situation sind, dass du, wenn du dann so Spieler schon mal in der Hinterhand hast, die dich dann praktisch nichts kosten, wenn du die wiederholst. Das ist auf jeden Fall was, was mich beruhigt, sage ich mal. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, beruhigt mich tatsächlich auch. Du hast über Emilio Vellic gesprochen, aber Herr Salazar, hat die Patrizia schon gemeint, im Endeffekt auch wirklich eine gute Performance. Allein fünf Tore in der zweiten Liga für einen Spieler, der meistens im zentralen Mittelfeld spielt, gar nicht verkehrt, drei Vorlagen geben. Wir sehen ihn ja auch öfter bei St. Pauli. Dennis, das könnte jemand sein, der uns auch im Mittelfeld weiter, ist ja dann auch einer der Jüngeren tatsächlich im Mittelfeld. Und Rode wird auch immer älter, andere Spieler ebenfalls. Wir wissen nicht, wie es mit Chor aussieht, aber der könnte uns dann dementsprechend insofern zum Vorteil gereichen, dass er den Zweikampf da hinten auch anfeuert. Finde ich top auf jeden Fall. Ihr habt es schon richtig gesagt, Basti, auch ganz wichtig, in der heutigen Zeit kannst du froh sein, wenn du so Optionen als sicheres Backup hast und wenn sie nicht einschlagen sollten oder es nicht ganz in die Stammelf schaffen werden. Du siehst ja, sie haben in anderen Systemen funktioniert. Das heißt, du kannst es auf jeden Fall auch noch gut verkaufen, hoffe ich. Also in Anführungszeichen muss man natürlich dann schauen. Also selbst, wenn sie jetzt bei uns nicht so performen, wie wir uns das vorstellen oder wir einfach noch stärkere da vorstellen können, was ja auch nicht unbedingt ein schlechtes Problem ist, wenn du einfach noch stärkere Spiele hast und die anderen dann nicht zum Zug kommen, hast du zumindest Werte geschaffen, hast du im Endeffekt hier wirklich Möglichkeiten, die eventuell auch gewinnbringend nochmal zu verkaufen. Also in der Hinsicht eine Win-Win-Situation, mal schauen. Also ich kann es immer schwierig einschätzen. Ich muss wirklich sagen, dieser Sprung, gut, österreichische Liga, finde ich, ist immer so eine Sache für sich nochmal, denn wissen wir alle, das ist, ich weiß nicht, also einfach schwierig. Von der Performance her kann ich jetzt nicht sagen, inwieweit Juweljic dann wirklich schon ein Bundesliga-Niveau hat, wenn er zu uns kommt. Auf der anderen Seite auch ein Salazar, Zweitliga, klar, bei Pauli auch eine gute Rolle eingenommen. Trotzdem finde ich, ist dieser Sprung immer nochmal ganz schön heftig und mal schauen. Also ich würde mich freuen für beide. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir sie haben und ich bin froh, dass wir die Optionen haben. Hoffe aber trotzdem, dass sie nicht unsere letzten Optionen sind und wir sagen, oh Gott, hoffentlich funktionieren die auch in der ersten Liga, sondern dass wir so gut gewirtschaftet haben, dass es gute Optionen sind, aber nicht unsere einzigen. Ich glaube, was hier wichtig ist, was Dennis so gesprochen hat und als wir das Thema überhaupt haben, es ist auch wichtig, dass wir Konstanz auf der Trainerposition haben, weil er dann quasi diese Entscheidung treffen kann. Ich glaube, wahrscheinlich kommt es auch dadurch, dass ich, werde ich später in den Empfehlungen nochmal näher drauf eingehen, aber einen Podcast über Freddy Adu gehört habe, der auch viel ausgeliehen wurde, aber halt immer dann hinkam und der Trainer war weg. Ich glaube, für Leihspieler ist es wichtig, dass der Trainer längerfristig da ist, weil dann kann er dir sagen, hier kommt nichts ja wieder. Was ist denn, wenn jetzt im Sommer dann ein neuer Trainer da ist, der weiß dann überhaupt nichts über die, der wird die Safe nicht beobachtet haben, während die verliehen waren und so. Stimmt, ja. Ich glaube, die Konstanz auf der Trainerposition ist gerade für Laien von eigenen Spielern extrem wichtig und meiner Meinung nach sogar ein bisschen unterschätzt teilweise, weil du ja, wie wir es jetzt auch gerade machen, die natürlich beobachten musst, wie geht es dem, vielleicht auch mal mit den Telefonieren, vielleicht auch absprechen, wie das System gerade ist, wie die Lage bei Spielern ist, wer geht vielleicht, wer nicht. Also, ich glaube, die Antwort wird mit den beiden schon in Kontakt sein und genau diese Dinge, die Dennis gerade angesprochen hat, abzusprechen. Fühlt ihr euch wohl? Wollt ihr vielleicht verkauft werden? Oder, oder, oder. Also, ich bin da ziemlich zuversichtlich. Was mich gerade wundert, dass ich bei solchen Dingen bei Eintracht plötzlich zuversichtlich bin. Also, die Eintracht hat auch in meinem Kopf eine Entwicklung gemacht in den letzten Jahren. Ja, aber das ist doch ganz interessant, denn ich glaube, diese Zuversicht, die schöpfen wir trotzdem daraus, dass wir das Gefühl haben, dass zumindest bei der Eintracht, wenn es schon in anderen Lebenslagen nicht der Fall ist, alles einigermaßen im sicheren Hafen läuft und selbst, wir haben jetzt die Bobic-Thematik nicht großartig beleuchtet jetzt aktuell. Das werden wir in den nächsten Wochen auf jeden Fall nochmal tiefer drauf eingehen. Aber es ist ja so, dass auch hier jetzt keine komplette Hysterie entstanden ist. Der eine hat sich das gedacht, natürlich war das schon eine große Meldung, aber es ist ja schon so, du hast auch gleichzeitig verlängert, du hast eben über Hütter gesprochen, er hat verlängert, Ben Manga hat verlängert, dann haben wir da ein bisschen Sicherheit. Es wird schon relativ viel über Jelson Fernandes gesprochen. Jelson Fernandes wäre genau vielleicht auch so ein Mittelsmann, der genau auch die Leihspieler vielleicht noch ein bisschen sich genauer angucken könnte, dementsprechend ein bisschen mehr Support geben könnte. Also da passiert gerade was. Wir werden sehen, wer dann der Mann für Bobic dann sein wird. Auch da wird in den nächsten Wochen sich was tun. Aber ich glaube, wir können mit diesem Vertrauensbonus der Eintracht aktuell auf jeden Fall geben, weil sie vieles richtig macht. Was ich zum Beispiel auch interessant und gut finde, wo ich auch finde, dass die Eintracht das richtig gemacht hat, sofern sie das darauf einwirken konnte, war die Tatsache, dass wir einen anderen jungen Spieler jetzt schon bei uns im Training haben mit Ali Ackmann. Ali Ackmann, wo der Transfer ja klar war, es gab dann mit dem aktuellen Verein oder mit dem damaligen Verein gab es ja dann sehr viele Umwerfungen. Das hatten wir ja letztens, als der Cem da war, sehr, sehr gut beleuchtet. Und es ist ja tatsächlich jetzt so, dass er jetzt im Training dabei ist, der Vertrag wurde aufgelöst, was auch schön ist, dann kann sich nämlich ein Hütter, auch wenn er jetzt Profispiel-mäßig nicht darauf zugreifen kann, sondern erst im Sommer, kann er sich schon mal Trainingseindrücke verschaffen. Ackmann hat ein professionelles Setting, das ist ganz gut. Er wird jetzt in den türkischen Union-Mannschaften auch noch unterwegs sein, aber das ist auch, glaube ich, für ihn eine ganz gute Sache, Patizia. Ja, vor allem kann er sich schon mal langsam hier einleben, alles ruhig kennenlernen, die Mitspieler kennenlernen, das Umfeld kennenlernen und man kann ja auch schon so ein bisschen anfangen, sich ein Bild von ihm zu machen und zu gucken, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen, worauf will man mit ihm hinarbeiten und das ist jetzt eigentlich schon fast der Best-Case-Szenario, was da eingetreten ist, dass er jetzt schon hier ist und man mit ihm arbeiten kann schon, auch wenn man natürlich noch nicht auf ihn zurückgreift, aber so weit wäre er vielleicht auch noch gar nicht gewesen, deswegen hat er dann vielleicht sogar im Sommer schon Vorsprung, also wenn er jetzt halt schon monatelang mit der Mannschaft trainiert hat und mit dem Trainer und sich halt alles so in Ruhe aufbauen konnte und nicht dieser Ad-Hoc-Wechsel kommt von einem Verein zum anderen, so wie es halt eigentlich normal gewesen wäre. Ich glaube, das ist schon sogar ein Vorteil, ja. Ich hoffe es, ich hoffe es und ich glaube es tatsächlich sehr. Dann würde ich fast sagen, machen wir da mal einen Haken dran. Bei anderen Sachen, die aktuell sind, Nikolov habe ich gerade gehört beziehungsweise gerade gelesen, der wurde ja zwischenzeitlich schon auch hier gerüchtet, habe ich aber gedacht, okay, das passt eigentlich überhaupt nicht. Er bleibt in den USA, heuert bei DC United als Assistenztrainer an, also das USA-Abenteuer geht weiter. Liebe Grüße an Ucker, wenn du das hier hörst, hol uns mal in die USA, vielleicht werden wir dort schneller geimpft, also sag gerne Bescheid. Ich glaube, wir würden dir auch ein Appleboy oder ein bisschen Handcase mitbringen, das kriegen wir schon durch den Zoll. Grüße an dieser Stelle. Eine Thematik noch, bevor wir jetzt dann auf die gute Tat der Woche und auch auf die Empfehlungen gehen, wenn ihr da was habt, habt ihr jetzt noch die Chance, das ins Dock einzutragen, liebe Leute. Wie sieht es denn aus? Was haltet ihr von der Situation bezüglich der Länderspiel-Thematik? Es kann sein, dass die Eintracht Spiele nicht abstellt. Basti, was hältst du davon? Würdest du das gut finden? Oder zwei Herzen in einer Brust, dein Take bitte. Nö, da habe ich noch ganz klar ein Herz in meiner Brust, wenn überhaupt eins safe nicht abstellt. Ja. Und ich würde mir aber auch wünschen, damit es jetzt keine Einzeldiskussion um die Eintracht oder einzelne Vereine geht, sondern dass das so ein, ja wie soll ich sagen, so ein Gesamtbeschluss vielleicht wieder zu sagen, Leute, lasst uns doch mal bitte kurz einsehen, dass das aktuell nicht unbedingt nötig ist und dann lassen wir es halt auch sein. Also ich kann da ganz klar sagen, ich würde es nicht wollen. Ich verstehe natürlich aber, dass es da auch andere Dinge gibt. Also du musst jeden Spieler wahrscheinlich einzeln betrachten, der natürlich auch ein Verhältnis zu seiner Nationalmannschaft und den dementsprechenden Funktionären hat. Also jetzt von irgendeinem Eintrachtspieler zu verlangen, dass er sich da irgendwie, ja, irgendwelche Brücken abbrennt, nur weil ich will, dass die Eintracht einer Spieler abstellen, ist natürlich auch falsch. Also ich weiß gar nicht genau, wahrscheinlich bin ich da auch nicht nah genug am Thema dran zu sagen, wie würden dann die eventuellen Verantwortlichen reagieren. Also ich glaube nicht, dass wir von Spielern verlangen können, dass sie da irgendwie einen Streik treten oder so, sondern das sollte in irgendeiner Weise kommuniziert werden, umso mehr Vereine dabei sind, umso besser ist es, glaube ich. Ja, ich finde auch, dass es eine Lösung auf Vereinsebene nicht die einzige Möglichkeit ist, sondern das muss tatsächlich von mehreren, von allen 18 Bundesligisten im Zweifel entschieden werden. Das wäre die Optimallösung. Dennis, siehst du da noch andere Optionen oder siehst du es genauso? Ich sehe das da genauso. Ich muss sagen, eigentlich vom Verband würde ich mir da eine klare Linie wünschen, dass gesagt wird, okay, die Zeiten geben das einfach momentan nicht her. Die Gefahr, es ist ja, wir sprechen doch immer hier und auch die letzten, gerade in den letzten Monaten haben wir es ja gemerkt, dass das einfach Wirtschaftsbetriebe sind und ein Wirtschaftsbetrieb, der im Endeffekt auf seine Personalien danach dann zum Beispiel nicht mehr zurückgreifen kann, weil hier wieder, ach, Länderspielpause, leider war wieder eine positiv, jetzt müssen wir wieder in Quarantäne, zwei Wochen und so weiter und sofort so ein Käse, da muss man wirklich sagen, es ist eh alles sehr fragil, es ist eh alles mal den Gesundheitsfaktor mal ausgeblendet, der ja sowieso und auch der gesellschaftliche, dass du es den Leuten einfach überhaupt nicht mehr erklären kannst, ist das auch aus wirtschaftlicher Sicht, muss man wirklich sagen, nicht verantwortbar, dass du deine teure, gute Ware, die du hier hast, dann so eine Gefahr aussetzt. Und es ist so, du hast, ich glaube, Basti hat es aber auch eben gerade schon gesagt gehabt, du hast natürlich Spieler, die wollen sich zeigen, die haben ein sehr, 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 ja, ausgeprägtes Interesse daran, in der Nationalmannschaft eben zu spielen, muss man auch akzeptieren, klar, das ist so, ich finde aber, eine kleine Pause in dem Bereich, wird hier keinem komplett wehtun oder wird hier an das gesamte System zum Einbrechen bringen, also ich muss wirklich sagen, es ist bei den wieder steigenden Zahlen und so weiter, meiner Meinung nach, nicht der richtige Weg, dass da jetzt wieder die Spieler in der Weltgeschichte rumreisen. Es ist halt auch der einzige Grund, es ist ja auch der einzige Grund, es geht ja nicht darum, das jetzt irgendwie freiwillig zu machen, aus guter Laune oder so, sondern es geht allein darum, dass überall die Zahlen wieder steigen, auch in Deutschland ist es gerade wieder so, ich weiß jetzt beispielsweise auch nicht, wo muss Österreich hin, das weiß ich jetzt nicht, spielen die daheim, das ist ja auch so, wenn du dann durch Länder tingeln musst, wir hatten in den angrenzenden Gebieten, zwischenzeitlich war es in Tschechien beispielsweise von über 600 die Inzidenz, also das ist dann tatsächlich auch etwas, was nicht ganz so sinnvoll ist. Wir sehen jetzt, gibt es Ausweichspiele in, wenn ich das sehe, in Ungarn, da stellt man sich auch die Frage, ob das alles so smart ist. Patricia, siehst du das ähnlich? Hast du da einen anderen Take zu? Nee, ich kann mich da eigentlich vollumfänglich anschließen. Ich würde mir auch tatsächlich wünschen, dass das irgendwie so einen übergeordneten Beschluss geben würde, einfach um diesen Diskussionen da aus dem Weg zu gehen, auch vielleicht zwischen Spielern und Vereinen. Also stell dir vor, die Eintracht sagt einem Kostic, ja, du darfst nicht zur serbischen Nationalmannschaft und dann sagt aber, weiß ich nicht, ein anderer Verein, seinem serbischen Nationalspieler, du darfst da hin. Und weiß nicht, ob du dann da als Spieler nicht auch ein bisschen angepisst bist, wenn du da unbedingt hin wolltest. Jetzt mal einfach nur als Beispiel, um einfach sowas vorzubeugen. Also wenn das dann so ein vollumfänglicher Beschluss wäre und einfach keiner darf oder das einfach, ja, die Vereine gesammelt nicht machen, dann gibt es da auch die Diskussion nicht, weil du dann halt siehst, ja, okay, der darf da auch nicht hin und dann ist es halt mal diese Länderspielpause so, dann geht es halt wieder die nächste oder übernächste. Keine Ahnung, aber ich würde mir da halt tatsächlich irgendwie eine Regelung wünschen, weil ich jetzt schon keine Lust habe auf diese Diskussionen, die da entstehen könnten, wenn das nur einzelne Vereine machen und das wird dann alles wieder sehr, sehr groß. Zu Recht, weil es ja auch ein großes Thema ist, aber ich finde halt gerade jetzt in dieser, das ist auch ein bisschen egoistisch natürlich jetzt wieder, aber in dieser Phase der Saison kann ich das gerade gar nicht gebrauchen, weil es irgendwie gerade wichtig ist und ich gerne die Köpfe bei, ja, bei den wichtigen Dingen hätte und nicht bei Länderspielpausen, die momentan halt einfach sehr unverantwortlich sind. Ich finde es aber vollkommen verständlich. Also ich meine, jetzt Österreich habe ich mal nachgeguckt, müsste jetzt, das nehme ich jetzt als Beispiel, weil Österreich ja zwei Spiele, beziehungsweise wir zwei Spiele nach Österreich abstellen, die müssen nach Schottland. Da müsste ich jetzt erstmal nachgucken, wie die Inzidenz da ist, aber natürlich, es sind halt diese Probleme und auf der anderen Seite habe ich gerade im Chat gelesen, na klar, die Verbände haben natürlich die Austragung, die Live-Situation natürlich auch verkauft. Also es gibt mehrere Konflikte, ich bin ganz froh, dass wir uns dem nicht wirklich stellen müssen. Aus rein egoistischer Sicht können wir natürlich aber trotzdem auch komplett weltfremd einfach mal fordern, oder dass die Eintracht keine Spiele abstellen soll. Oder zumindest, dass man sagt, dass man halt nur einen Spieler abstellt. Also wenn, also Österreich, da hätten wir ja zwei, dann sagen wir, wir stellen einen ab, beim nächsten Mal kommt der andere vielleicht oder so. Das sind ja auch lustigerweise, sind ja beide Spiele in der Innenverteidigung. Jetzt stell dir mal bitte vor, und das ist ja eine reale Situation, die kommen beide zurück und haben beide Corona oder sind in Quarantäne. Ja, sorry, aber ja, ja. Was willst du dann machen? Dann hast du einen krassen Wettbewerb gemacht. Was mir eben schon gesagt wurde, da habe ich keinen Bock mit mich zu beschäftigen. Ja, also. Die Kapazitäten reichen, das finde ich auch. Ich merke schon, ja, wir müssen hier einigermaßen. Eintracht verliert, Champions League Platz, weil irgendein unnötiges Freundschaftsspiel von Österreich irgendwo ausgetragen wurde. Herzlichen Glückwunsch. Ja, also ich glaube, das wäre nicht so wirklich sinnvoll. Das sollte nicht passieren zum Schutz von mir und anderen. Ich merke schon, die Kapazität nach der Saftkurse ist noch nicht ganz so hoch. Naja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir da den Haken mal dran. Schreibt gerne mal in die Kommentare oder auch bei Twitter, was ihr von der Idee haltet, jetzt einfach mal so total verwegen zu sein. wir stellen gar keinen ab. Vielleicht habt ihr einen anderen Take dazu. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und dann würde ich eigentlich schon sagen, habt ihr noch was Aktuelles oder wollen wir schon einbiegen in die gute Tat der Woche? Die gute Tat der Woche. Geben wir alles zu Hause in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Wir sind anständige Junge. Ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. Wie immer ein sehr schönes Jingle und die gute Tat der Woche kommt von der Alex, die ihr jetzt schon einige Wochen nicht mehr gehört habt, weil sie krank ist. Keine Angst, nichts Schlimmes, aber ist gerade gesidelined und sie hat uns empfohlen, dass wir doch etwas, ja, dass wir etwas empfehlen sollen und zwar einen, ja, Lauf für den guten Zweck. Die Kickers brauchen deine Hilfe und zwar die Kickers Mörfelden, da kommt sie her. So, jetzt wisst ihr alle Informationen, die ihr braucht, um mir liebe Mails zu schreiben. Alleine am Start, gemeinsam am Ziel, es gibt einen virtuellen Spendenlauf von Plusline von 15. März bis 15. April. Pro gelaufenen Kilometer werden ein Euro für die neue Heizungsanlage, liebe Leute, das sind noch ernsthafte weltliche Probleme hier. Das SC Kickers Mörfelden gespendet. Ihr könnt mitmachen, guckt mal auf der Website vorbei. Das hängen wir dann auch auf jeden Fall bei uns bei uns in der Website als Link rein, da könnt ihr mal gucken, plusline.net Schrägstrich Kickers und da guckt ihr mal und macht einfach mal mit ein bisschen laufen, selbst wenn ihr Homeoffice macht, das ist ja kein Problem, dann macht ihr da einfach mal ein bisschen mit, wenn ihr zum Kühlschrank geht, euch ein Bierchen holt oder so. Jeder Meter hilft. Sehr gut, ja. Habt ihr da noch weitere Empfehlungen beziehungsweise was für die gute Tat der Woche? Gibt es da noch mehr, Dennis? Oh, für die gute Tat der Woche? Nein. Alles klar. Habt ihr da noch was? Ansonsten würde ich gerade auf die Empfehlungen gehen. Keine gute Tat der Woche. Ich glaube, die gute Tat der Woche ist, dass wir noch niemanden ermordet haben. Ehrlich gesagt, da hast du mir damit die Worte aus dem Mund genommen. Kleiner Spaß am Rande. Ich bin sehr, sehr stolz auf mich. Das ist alles normal. Kleiner Spaß am Rande, nach diesen wirren Zeiten, wenn niemand wirklich das mit dem Impfstoff hinbekommt. Aber gut, ich will darauf jetzt nicht zu sehr rumreiten, sondern reden wir in fünf Tagen noch, ihr Lieben. Dann geht es auch direkt weiter zu der Empfehlung. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. So, die Empfehlung. Und ich sehe, der Basti hatte mir schon was geschickt, was er in der letzten Zeit wohl gehört hat. Es geht um Freddy Adu. Tatsächlich. Ich habe mir, ich glaube, die Freunde hatten es empfohlen und deswegen kann ich es jetzt hier empfehlen, weil ich es jetzt weggehört habe. Acht Folgen sind es, glaube ich. Und zwar ist das ein amerikanischer Journalist, der Freddy Adu. Ich weiß nicht, ob der überhaupt euch noch was sagt, aber der war so ziemlich der heißeste Scheiß im amerikanischen Fußball. Der hat es schon mit 14 in der MLS sein Profidebüt gegeben und ja, war so ein bisschen der Hoffnungsträger, um Soccer in den USA irgendwie gesellschaftsfähig zu machen. Hat ziemlich viel Verträge auch bekommen mit Pepsi und sonst irgendeinem Nike und so, die gedacht haben, die machen aus ihm den Michael Jordan des Fußballs quasi. Hat nicht ganz so funktioniert und so ein bisschen wird dieser Weg und was da passiert ist auch nachgezeichnet. Er selber spricht auch und ja, zeigt auch ein bisschen auf, dass es nicht nur sein eigenes Versagen beziehungsweise nicht nicht erfüllende Erwartungen war, sondern auch so ein bisschen Pech auch. Also eine kleine Anekdote ist, er ist dann zu Benfica Lissabon gewechselt und wurde dort viermal ausgeliehen an andere Vereine und bei allen diesen Vereinen war nach einem Monat ein neuer Trainer da. Also das, was ich vorhin angesprochen hatte, das ist natürlich dann auch für so eine Entwicklung von so einem Jungspieler auch nicht förderlich. Ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte, auch was er so dazu zu sagen hat, wie allgemein mit Jungspielern damals in Amerika umgegangen wurde und ein paar Insights aus der Kabine. Also ist auf jeden Fall, was man sehr, sehr gut weghören kann. Sind auch Folgen, die nur so 30 Minuten gehen und ja, ist eine absolute Empfehlung. Spielt der noch, ne? Der ist noch unterwegs, ne? Der ist jetzt wieder, dass es quasi davon handelt, die letzte Folge, ohne jetzt zu viel zu spoilern, ist tatsächlich von einem schwedischen Verein gesigned worden, wo allerdings ein Investor auch dahinter steht, der auch diverse Anzeigen schon hatte. Also es ist nicht alles ganz normal, Kusher. Ist sehr interessant, hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass genau das, was du gerade gesagt hast, Marvin, bei mir auch dann wieder präsent wurde, zu sagen, okay, dann verfolge ich das doch mal auf eine gewisse Weise und guck mal, ob er mit 31 ist ja jetzt erst auch. Also für mich ist das irgendwie krass, dass Freddy Adu erst 31 ist. Finde ich schon hart und gucken, wer weiß, vielleicht kann er zumindest nochmal ein paar positive Schlagzeilen schreiben, aber was glaube ich am erleichterndsten ist, ist, dass man das Gefühl hat, dass es ihm gut geht. Also es ist nicht so, wie du es bei manchen Spielern hast, die ähnliche Karrierevorläufe hatten, wo du denen ja auch diese Verbitterung anmerkst und die selber auch so eine gewisse Verbitterung spüren. Die spürst du bei ihm nicht, finde ich. Das hört sich gut an, da werde ich auf jeden Fall mal reinhören. Ich weiß noch, ich glaube, der kam, der hat doch früher immer nur so bei Academies gekickt, war dann irgendwie so Brandeton oder irgend sowas und bevor der dann wirklich in den Profifußball eingestiegen ist, da gab es ja dann echt Schlagzeilen, wie du gerade gesagt hast, der ist ja noch gar nicht so alt, also mit 31, das haben wir ja alles noch wirklich gut miterlebt als seinen Großwerten beziehungsweise sein vermeintliches Großwerten, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ohne es jetzt zu sehen, keine Ahnung, der hat echt viele Vereine gehabt, oder? Da war richtig viel dabei. Ja, der wurde viel verliehen und also der hat dann so ein Odyssee hinter sich, also da ist schon, ja, er ist vielleicht ein bisschen zu früh das Talent gewesen. Ich glaube, wenn er heute in diese Maschinerie reingeraten würde, wüssten die, glaube ich, besser, wie man mit einem jungen Spieler mit solchem Talent umgeht, außer als den mit 14 in eine Profimannschaft zu stecken, wo halt auch noch 35-Jährige drin sind, die dem kleinen, armen 14-Jährigen natürlich erstmal zeigen, dass der hier die Tore zu tragen hat. Ich weiß nicht, ob das allen gut getan hat und natürlich, wenn du mit so jungen Jahren schon irgendwelche Millionen-Deals mit Nike und Chiquita-Banana was, glaube ich, machst, ob das so gut ist, für einen 14-Jährigen dann immer noch diesen Ehrgeiz zu entwickeln, den du ja brauchst. Also mit 14 bist du ja kein Profispieler, sondern da bist du jemand, der irgendwie noch vier, fünf, sechs Jahre Zeit hat, irgendwie sein Game zu entwickeln. Und wenn das dann abgelenkt wird durch diese ganzen Dinge, der hat dann auch, glaube ich, eine Beziehung zu irgendeinem Popstar-Gart. Jojo war damals irgendwie ein Star. Weiß gar nicht, kenne ich gar nicht mehr genau. Casey und Jojo, oder ist das was anderes? Ich weiß es nicht. Jojo war mir jetzt nicht mehr so ein Begriff auf jeden Fall. Solche Dinge dann bei den MTV Awards und so und so. Also es ist tatsächlich so, ja, die American Prodigy kann ich auf jeden Fall empfehlen. Super. Klingt gut. Ja, habt ihr denn noch eine Empfehlung, sonst hau ich noch mal kurz was raus. Hau was raus mal. Alles klar. Genau, und zwar, ich war im Rasenfunk, das hat mir großen Spaß gemacht. Es geht relativ lang, über drei Stunden. Auch ich muss mich dann mal wieder so an eine Länge gewöhnen. Aber es war eine gute Runde mit einem Fokus auf den VfB Stuttgart. Bei 3,90, Basti, wer das bestätigen können, wurde ja auch schon öfter mal über den VfB Stuttgart und die ganzen Querellen dahinter gesprochen. Aber man sieht ja tatsächlich, dass das Team ja großartig Freude macht aktuell. Wir reden über die gesamte Bundesliga, über den gesamten letzten Bundesligaspieltag. Wenn ihr mal reinhören wollt, ich hänge es natürlich in die Shownotes. Ja, und ansonsten, Patrice, hast du noch eins? Sonst würde ich nämlich noch was sagen? Nö, du kannst noch was sagen. Alles klar. Und zwar, Basti, ich habe gesehen, du warst bei der Hans-Jassen-Show. Wo war ich? Ich war bei der Hans-Jassen-Show tatsächlich. Also es ist so eine Call-In-Show. Ich hatte mit Thilo Jung Kontakt, weil ich mir Ratschläge von einem anderen Katzenpapa geholt habe, was man so beachten muss, weil er ja auch jetzt seit einem Jahr, glaube ich, auch Katzen bei sich zu Hause hat und habe mich mit einem anderen einen Tipp geholt. Und da kam im Gespräch der Vorschlag, dass ich ja mal meinen Corona-Frust, den ich immer bei 3,90, für viele auf nervige Weise rauslasse, ja mal mit ihm besprechen kann, ob er mich auf einer sachlichen Ebene, beruhigen kann. Ob das gelungen ist, könnt ihr reinhören. Ich glaube, morgen erscheint das auch als Podcast, ist aber wahrscheinlich schon auf YouTube auch schon verfügbar. Ja, ich habe schon den YouTube-Link gesehen. Ich hänge dann rein und dann gucken wir uns das dann mal an. Habe nur den Tweet gelesen und habe gedacht, das muss ich doch gleich noch mitempfehlen. Bin gespannt, welche Hot-Tags du da verbreitet hast. Ich habe am Ende auf jeden Fall einen Tipp gegeben, was verhindern könnte, dass ich beim dritten Lockdown komplett ausrasse. Also, sag ich mal. Also, wenn das kein Cliffhanger ist, liebe Leute. Sehr, sehr gut. Wie geht es den Katzen sonst? Den Katzen geht es gut, ja? Die geht es gut, die sind super gechillt. Und Anto und Prince Mowgli sind gerade hier und probieren mein Soundboard hier ein bisschen umzustellen. Da muss ich mal wieder ein bisschen aufpassen. Mac ist passwortgeschützt. Also, hier ist jetzt ein sehr, sehr langes Passwort eingegeben. Ich gucke mal gleich, was er da drauf geschrieben hat. Ah, sehr gut. Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass das alles klappt. Liebe Leute, ich würde sagen, wir machen einen Deckel drauf für heute, oder? Jo. Machen wir so. So, dann hat es mich gefreut. Nächste Woche mal gucken, ob der René wieder da ist. Vielleicht mache ich das dann nochmal, aber keine Angst. René ist coming back. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. 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 Ciao.